Test 8 Teil 1 Sie hören nun 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text 2 Mal. Zu jedem Text lösen Sie 2 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Beispiel. Von einem automatischen Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Guten Tag. Hier spricht Dirk Specht vom Computerservice am Marktplatz. Herr Friedrichs, Sie haben uns vorgestern einen defekten PC Marke Motonic gebracht. Wir haben den Schaden gründlich untersucht und müssen Ihnen mitteilen, dass eine Reparatur bei einem so alten Typ, das Gerät ist ja über 10 Jahre alt, leider nicht mehr möglich ist. Sie können Ihren PC jederzeit abholen. Wir haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tut mir leid, dass wir Ihnen nicht helfen konnten, aber da ist wirklich nichts zu machen. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Beispiel. Von einem automatischen Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Guten Tag. Hier spricht Dirk Specht vom Computerservice am Marktplatz. Herr Friedrichs, Sie haben uns vorgestern einen defekten PC Marke Motonic gebracht. Wir haben den Schaden gründlich untersucht und müssen Ihnen mitteilen, dass eine Reparatur bei einem so alten Typ, das Gerät ist ja über 10 Jahre alt, leider nicht mehr möglich ist. Sie können Ihren PC jederzeit abholen. Wir haben täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Tut mir leid, dass wir Ihnen nicht helfen konnten, aber da ist wirklich nichts zu machen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 1. Hören Sie jetzt den Text. Text 1. Im Kölner Bahnhof hören Sie folgende Durchsage. Achtung, hier eine wichtige Information für die Reisenden nach Hamburg. Der Intercity-Zug ICE 452 aus Frankfurt am Main hat voraussichtlich eine halbe Stunde Verspätung und kommt erst gegen 19.05 Uhr nicht auf Gleis 5, sondern auf Gleis 23 an. Ich wiederhole, Ankunft ICE 452, 19.05 Uhr Gleis 23. Der Zug hat in Köln drei Minuten Aufenthalt. Die Fahrgäste nach Hamburg werden gebeten, sich nach Gleis 23 zu begeben. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 1. Im Kölner Bahnhof hören Sie folgende Durchsage. Achtung, hier eine wichtige Information für die Reisenden nach Hamburg. Der Intercity-Zug ICE 452 aus Frankfurt am Main hat voraussichtlich eine halbe Stunde Verspätung und kommt erst gegen 19.05 Uhr nicht auf Gleis 5, sondern auf Gleis 23 an. Ich wiederhole, Ankunft ICE 452, 19.05 Uhr Gleis 23. Der Zug hat in Köln drei Minuten Aufenthalt. Die Fahrgäste nach Hamburg werden gebeten, sich nach Gleis 23 zu begeben. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 2. Sie hören eine Nachricht vom Anrufbeantworter Ihres Handys. Grüezi, Jochen. Ich bin's, der Klaus. Habe folgende Nachricht für Laura und dich. Gisela wird am 17. des Monats 50. Das wollen wir natürlich feiern. Ich plane also eine Überraschungsparty. So ab 18 Uhr bis spätabends. Die Frage ist, wo? Unsere Wohnung ist zu klein. Ich rechne mit mindestens 35 bis 40 Gästen. Drum will ich bei Clara in der Rämi-Strasse reservieren. Da können wir im oberen Stock unter uns sein. Niemand wird uns stören. Also merkt euch den Termin. Bis dann. Baba. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 2. Sie hören eine Nachricht vom Anrufbeantworter Ihres Handys. Grüezi, Jochen. Ich bin's, der Klaus. Habe folgende Nachricht für Laura und dich. Gisela wird am 17. des Monats 50. Das wollen wir natürlich feiern. Ich plane also eine Überraschungsparty. So ab 18 Uhr bis spätabends. Die Frage ist, wo? Unsere Wohnung ist zu klein. Ich rechne mit mindestens 35 bis 40 Gästen. Drum will ich bei Clara in der Rämi-Strasse reservieren. Da können wir im oberen Stock unter uns sein. Niemand wird uns stören. Also merkt euch den Termin. Bis dann. Baba. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 3. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Hallo Rebecca, hier spricht die Eva. Du, ich habe einen Vorschlag, der dich sicher interessieren wird. Du warst doch nach deinem letzten Urlaub auf Kreta so begeistert von den griechischen Volkstänzen. Die haben dir so gut gefallen. Ich habe nun einen solchen Kurs im Programm der Volkshochschule entdeckt. Von Anfang Februar bis Mitte Mai. Und zwar mittwochs von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im Sportzentrum am Schillerturm. Also was ist? Hättest du Lust? Der ganze Spaß kostet nur 55 Euro. Ruf an! Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 3. Sie hören eine Nachricht vom automatischen Anrufbeantworter. Hallo Rebecca, hier spricht die Eva. Du, ich habe einen Vorschlag, der dich sicher interessieren wird. Du warst doch nach deinem letzten Urlaub auf Kreta so begeistert von den griechischen Volkstänzen. Die haben dir so gut gefallen. Ich habe nun einen solchen Kurs im Programm der Volkshochschule entdeckt. Von Anfang Februar bis Mitte Mai. Und zwar mittwochs von 17.30 Uhr bis 19 Uhr im Sportzentrum am Schillerturm. Also was ist? Hättest du Lust? Der ganze Spaß kostet nur 55 Euro. Ruf an! Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 4. Hören Sie jetzt den Text. Text 4. Im Fernsehen hören Sie die folgende Ankündigung. Gehen Sie gern auf Reisen und mögen Sie Abenteuer? Treiben Sie gern Sport und sind gern Mitglied in einer Gruppe? Und möchten Sie unendlich viel Spaß haben und am Ende 100.000 Euro gewinnen? Dann melden Sie sich zu unserer Reality-Show Patagonien erleben und überleben an. Geschlecht, Alter und Aussehen spielen keine Rolle. Was zählt, ist Mut zum Risiko. Schicken Sie Ihre Anmeldung per E-Mail an patagonien-at-kanal-8.de. Foto nicht vergessen. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 4. Im Fernsehen hören Sie die folgende Ankündigung. Gehen Sie gern auf Reisen und mögen Sie Abenteuer? Treiben Sie gern Sport und sind gern Mitglied in einer Gruppe? Und möchten Sie unendlich viel Spaß haben und am Ende 100.000 Euro gewinnen? Dann melden Sie sich zu unserer Reality-Show Patagonien erleben und überleben an. Geschlecht, Alter und Aussehen spielen keine Rolle. Was zählt, ist Mut zum Risiko. Schicken Sie Ihre Anmeldung per E-Mail an patagonien-at-kanal-8.de. Foto nicht vergessen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben zu Text 5. Hören Sie jetzt den Text. Text 5. Sie hören den Wetterbericht für Wien. Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der aktuelle Wetterbericht. In Wien regnet es morgens leicht bei Werten von 5 bis zu 6 Grad. Im weiteren Tagesverlauf ist mittags und auch abends der Himmel stark bewölkt. Die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten von 5 bis zu 8 Grad. Nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Luft kühlt sich auf 5 Grad ab. Leichter Wind aus westlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 11 Kilometer die Stunde. Hören Sie jetzt den Text noch einmal. Text 5. Sie hören den Wetterbericht für Wien. Und nun, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der aktuelle Wetterbericht. In Wien regnet es morgens leicht bei Werten von 5 bis zu 6 Grad. Im weiteren Tagesverlauf ist mittags und auch abends der Himmel stark bewölkt. Die Sonne ist nicht zu sehen bei Werten von 5 bis zu 8 Grad. Nachts überwiegt dichte Bewölkung, aber es bleibt trocken und die Luft kühlt sich auf 5 Grad ab. Leichter Wind aus westlicher Richtung mit Geschwindigkeiten bis zu 11 Kilometer die Stunde. Ende Test 8 Teil 1 Test 8 Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Vielen Dank. Hören Sie jetzt den Text. Sie nehmen an einer Führung durch das Schloss Sanssouci in der Nähe von Berlin teil. Liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen auf Schloss Sanssouci, dem Lieblingsort von Friedrich dem Großen. Wir stehen jetzt auf einem Hügel, hinter uns das Schloss und vor uns der Park Sanssouci, den wir später ebenfalls besuchen werden. Mitte des 18. Jahrhunderts sah es hier ganz anders aus. Die Gegend war so gut wie unbewohnt. Genau diese Stille gefiel dem jungen König von Preußen so gut, dass er beschloss, hier ein Sommerschloss zu bauen. Aus dem Hügel, wo kaum noch Bäume wuchsen, wurde ein prächtiger Weinberg mit Terrassen, die bis in den Park reichen. Und ganz oben wurde in den Jahren 1745 bis 1747 ein kleines Schloss im Stil des Rokoko mit nur zwölf Räumen errichtet. Hier wollte Friedrich der Große sein Privatleben genießen, sich mit seinen treuesten Freunden, nämlich seinen Hunden und seinen Gästen zurückziehen können. Der französische Name Sanssouci bedeutet auf Deutsch ohne Sorge und ist als Wunsch und Leitgedanke des Königs zu verstehen. Friedrich hat diesen Ort so sehr geliebt, dass er sich immer weniger in Potsdam, der eigentlichen Residenzstadt, dafür immer häufiger in Sanssouci aufhielt. Hier ist er auch gestorben, am 17. August 1786 im Sessel seines Arbeitszimmers. Auch im Tode wollte der alte Fritz, wie ihn das Volk nannte, seinem Sanssouci nahe sein. Sein Wunsch, neben seinen Lieblingshunden begraben zu werden, ist, wenn auch erst 1991, in Erfüllung gegangen. Dort rechts sehen sie sein Grab. Wundern Sie sich bitte nicht über die Kartoffeln, die auf der Marmorplatte liegen. Besucher bringen sie mit als Zeichen des Dankes dafür, dass Friedrich die Kartoffeln nach Preußen brachte und anbauen ließ. So wurde die Kartoffel mit Unterstützung des Königs zum wichtigsten Nahrungsmittel für die breite Bevölkerung. Der König hat nach seinen persönlichen Vorstellungen von Wohnkomfort bis ins letzte Detail bestimmt, wie die Räume auszusehen hatten. Mode und Luxus interessierten ihn nicht. Es gibt nur einen großen Raum, den Marmorsaal. Von diesem Saal, wie auch von den anderen Räumen, die für den König bestimmt waren, dem Empfangs-, dem Ess-, dem Arbeits- und Schlafzimmer, gelangt man direkt in den Garten. Auf der anderen Seite sind die fünf Gästezimmer angebracht. Darunter das bekannte Voltaire-Zimmer. Der französische Philosoph war häufiger Gast des Königs. Ebenso bekannt wie das Schloss ist der Park Sanssouci, eine große Grünanlage mit vielen interessanten Gebäuden. Eine über zwei Kilometer lange Straße führt durch den Park, der das ganze Jahr über von 6 Uhr bis Sonnenuntergang geöffnet ist. Die Besucher des Parks zahlen keinen Eintritt. Damit habe ich Ihnen das Wichtigste zur Geschichte von Sanssouci erzählt und darf Sie nun bitten, mir ins Schloss zu folgen. Ende Test 8, Teil 2 Test 8, Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie, sind die Aussagen richtig oder falsch. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hören Sie jetzt den Text. Sie hören ein Gespräch zwischen Freunden über Sommersprachreisen. Hallo Jana, wie geht's? Wie war dein Urlaub? Hi Chris, gut geht's mir und mein Urlaub war fantastisch. So? Bist du denn weggefahren? Ich dachte, du wolltest dieses Jahr im Sommer hierbleiben. Das hatte ich auch vor, aber ich habe im letzten Moment meine Pläne geändert und einen Feriensprachkurs auf Malta gebucht, für Englisch natürlich. Feriensprachkurs für Englisch? Auf Malta? Wie bist du denn darauf gekommen? Ganz einfach. Englisch ist auf Malta die zweite Landessprache und Sprachreisen nach Malta sind viel billiger als zum Beispiel nach England. Außerdem wollte ich mit dem Wetter nichts riskieren. London im Sommer bei Regen stelle ich mir gar nicht so schön vor. Hattest du so ein alles-inklusive-Paket wie ein richtiger Tourist? Kann man sagen. Im Angebot enthalten war der Flug, die Unterbringung, in einem Jugendhotel mit Vollpension und 20 Stunden Englischunterricht pro Woche. Das alles für knapp 800 Euro. Donnerwetter ist ja echt billig. Und waren zwei Wochen genug, um dein Englisch zu verbessern? Naja, drei Wochen wären wohl besser gewesen. Aber es hat zeitlich nicht gepasst. Ich musste Ende August wieder im Büro sein. Wie war denn der Unterricht? Ich denke, das ist das Wichtigste. Der Unterricht war echt gut. Richtig professionell gemacht, mit Einstufungstests am ersten Tag, Lehrern mit Englisch als Muttersprache, Internetanschluss in der Schule und einem tollen Programm für die Freizeit. Ach ja, klar. Unterricht war ja wohl nur vormittags. Wie ging's dann weiter? Mittags haben wir nur eine Kleinigkeit gegessen und sind gleich schwimmen gegangen. Mit dem Bus waren die meisten Strände in höchstens 30 Minuten zu erreichen. Wir sind oft bis Sonnenuntergang dort geblieben. An manchen Tagen haben wir auch Ausflüge ins Inselinnere gemacht. War auch sehr schön. Bist du denn allein hingefahren? Nee, meine Schwester ist mitgekommen. So war es noch billiger. Wir haben uns nämlich ein Doppelzimmer geteilt. Und wir hatten das Glück, dass in unserem Kurs nur nette junge Leute waren. Eine Lehrerin, Joan aus Liverpool, ist immer mitgekommen. Die war sowas von sympathisch. Das klingt ja alles paradiesisch. Für mich gab es nur ein kleines Problem mit dem Essen. Denn auf Malta wird, was verständlich ist, viel Fisch gegessen. Und ich mag einfach keinen Fisch. Da habe ich mich eben italienisch ernährt. Mit Spaghetti, Pizza und so. Und wie war das Nachtleben? Naja, wir haben nicht übertrieben. Denn der Unterricht fing um halb zehn an und wir wollten keine Stunde versäumen. Sonst hätten wir gut und gern jeden Tag erst um zwei, drei Uhr nach Mitternacht oder später ins Bett gehen können. Ich sehe, du hast die Sache ernst genommen. Und ich finde es richtig so. Vielleicht könnte ich nächstes Jahr auch so eine Reise buchen. Keine schlechte Idee. Schau dich im Internet um. Tschüss, Chris. Mach's gut, Jana. Ende Test 8, Teil 3 Test 8, Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aufgaben zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Vielen Dank. Tschüss. sanst shoot. kur Der Moderator der Radiosendung Panorama spricht mit Oskar Engel und Dora Stein über Erwartungen an den zukünftigen Beruf. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen in der Sendung Panorama, der Sendung um Arbeit und Beruf. Unser heutiges Thema lautet, was erwartet man von seinem zukünftigen Beruf? Diese Frage beschäftigt ganz besonders die jungen Leute. Deswegen haben wir zwei Vertreter der jungen Generation zu uns ins Studio eingeladen. Dora Stein, 17 Jahre alt, aus Darmstadt, die nächstes Jahr Abitur macht und Biologie studieren möchte. Und Oskar Engel, 18, Realschulabschluss, der gerade eine Ausbildung zum Bankkaufmann macht. Frage Nummer 1 an beide Studiogäste. Darf ich euch duzen? Aber klar, ich bitte darum. Kein Problem. Oskar, du bist deinem Ziel näher. Mit welchen Erwartungen wirst du demnächst deine Laufbahn als Bankkaufmann beginnen? Nun ja. Noch habe ich ein ganzes Ausbildungsjahr vor mir. Aber ich kann Ihre Frage ohne langes Überlegen beantworten, denn es sind dieselben Erwartungen, mit denen ich meine Lehre angefangen habe. Ich möchte einen Beruf ausüben, der interessant ist und Spaß macht. Und zwar, wenn möglich, jeden Tag. Wenn der Beruf nicht Spaß macht... Und wie sieht es bisher aus? Macht die Lehre Spaß? Ja, schon. Und wie ist es bei dir, Dora? Ist dir Spaß am Beruf auch besonders wichtig? Wissen Sie, ich habe fest vor, Medizin zu studieren. Den Beruf der Ärztin habe ich bewusst ausgewählt, weil ich anderen Menschen helfen möchte. Zwar handelt es sich um einen ganz besonders harten und schwierigen Beruf, der einem wenig Freizeit lässt, aber auf der anderen Seite bringt er einen mit Menschen in Kontakt, die seinen Rat und seine Hilfe brauchen. Ich glaube, ich habe eine gute Wahl getroffen. Wenn man den entsprechenden Statistiken glauben darf, steht für die meisten jungen Menschen bei der Berufswahl etwas anderes an erster Stelle. Der gute Verdienst. Und ich muss sagen, dass ich gerade in Zeiten von Wirtschaftskrise und schwachem Euro diesen Gedanken für ganz vernünftig halte. Ich habe Ihre Frage eher aus idealistischer Sicht beantwortet. Dora glaube ich auch. Aus pragmatischer Sicht würde ich jedoch einen hohen Verdienst nicht als das Wichtigste ansehen. Sondern? In Zeiten von Wirtschaftskrise, wie Sie sagten, würde ich als erstes von meinem zukünftigen Beruf Sicherheit vor Entlassung erwarten. Man hört in letzter Zeit immer häufiger richtige Horrorgeschichten von Menschen, die mit 50 ihren Job verloren haben und dann absolut keine Arbeit, auch gegen niedrigeren Lohn, finden können. Das wäre in meinen Augen ganz, ganz schrecklich. Ich sehe, die junge Generation denkt wirklich über ihre Zukunft nach. Müssen sich denn auch Ärzte und Ärztinnen Sorgen machen um eine mögliche Entlassung, Dora? Mich persönlich bewegt diese Sorge nicht. In meinem zukünftigen Beruf gibt es gute Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland. Und ich hoffe sehr, dass ich die Gelegenheit dazu haben werde, egal ob in Skandinavien oder in Afrika. Hauptsache, man kann als Arzt der Menschheit dienen. Mit dem, was du da sagst, sprichst du einen weiteren wichtigen Punkt an, nämlich das soziale Ansehen von jedem Beruf. Da bleibt der Arztberuf nach wie vor ein angesehener Beruf. Aber andere Berufe, ich denke da zum Beispiel an den Beruf des Lehrers, haben viel von ihrem früheren Ansehen verloren. Das mag stimmen, aber ich glaube, die Entscheidung für den zukünftigen Beruf muss jeder für sich treffen. Ich zum Beispiel finde ganz wichtig, dass man in seinem Beruf täglich neue, interessante Menschen kennenlernen kann. Dadurch erweitert man seine Horizonte, wird gebildeter, kann seine Persönlichkeit entwickeln. Schön und gut, aber Sicherheit geht vor. In fast allen Berufen fängt man unten an. Da ist es wichtig, dass man gute Aufstiegschancen hat. Wer möchte für immer unten bleiben? Karriere ist wichtig. Die Erwartungen an den zukünftigen Beruf ändern sich sowieso mit der Zeit. Wenn man jung ist, möchte man oft viel reisen oder an der frischen Luft arbeiten können. Wenn man dann aber erwachsen wird, merkt man, dass andere Sachen wichtiger sind und schraubt seine Erwartungen zurück. Wie ist es nun? Gibt es in Bezug auf die Erwartungen an den zukünftigen Beruf deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Dora, was meint eine junge Frau dazu? Ich habe oft mit meinen Eltern darüber gesprochen und meine, da hat sich im Laufe der Zeit vieles geändert. Früher war für die Frauen die Sicherheit des Arbeitsplatzes das Wichtigste, auch wenn der Beruf kein hohes Ansehen hatte und man sehr wenig verdiente. Karriere war etwas für die Männer. Das ist heute nicht mehr so. Zwischen den beiden Geschlechtern gibt es keine Unterschiede. Wirklich schade, dass wir keine Zeit mehr haben. Ich würde mich sehr gern mit meinen Studiogästen weiter unterhalten. Sie stehen beide mit beiden Beinen im Leben, wissen genau, was sie von ihrer Zukunft erwarten können. Liebe Dora, lieber Oskar, vielen Dank fürs Kommen und viel Erfolg im Leben. Danke. Danke sehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Wiedersehen in einer Woche bei der Neuausgabe von Panorama. Hören Sie den Text noch einmal. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen in der Sendung Panorama, der Sendung um Arbeit und Beruf. Unser heutiges Thema lautet, was erwartet man von seinem zukünftigen Beruf? Diese Frage beschäftigt ganz besonders die jungen Leute. Deswegen haben wir zwei Vertreter der jungen Generation zu uns ins Studio eingeladen. Dora Stein, 17 Jahre alt, aus Darmstadt, die nächstes Jahr Abitur macht und Biologie studieren möchte. Und Oskar Engel, 18, Realschulabschluss, der gerade eine Ausbildung zum Bankkaufmann macht. Frage Nummer 1 an beide Studiogäste. Darf ich euch duzen? Aber klar, ich bitte darum. Kein Problem. Oskar, du bist deinem Ziel näher. Mit welchen Erwartungen wirst du demnächst deine Laufbahn als Bankkaufmann beginnen? Nun ja, noch habe ich ein ganzes Ausbildungsjahr vor mir. Aber ich kann Ihre Frage ohne langes Überlegen beantworten, denn es sind dieselben Erwartungen, mit denen ich meine Lehre angefangen habe. Ich möchte einen Beruf ausüben, der interessant ist und Spaß macht. Und zwar, wenn möglich, jeden Tag. Wenn der Beruf nicht Spaß macht... Und wie sieht es bisher aus? Macht die Lehre Spaß? Ja, schon. Und wie ist es bei dir, Dora? Ist dir Spaß am Beruf auch besonders wichtig? Wissen Sie, ich habe fest vor, Medizin zu studieren. Den Beruf der Ärztin habe ich bewusst ausgewählt, weil ich anderen Menschen helfen möchte. Zwar handelt es sich um einen ganz besonders harten und schwierigen Beruf, der einem wenig Freizeit lässt, aber auf der anderen Seite bringt er einen mit Menschen in Kontakt, die seinen Rat und seine Hilfe brauchen. Ich glaube, ich habe eine gute Wahl getroffen. Wenn man den entsprechenden Statistiken glauben darf, steht für die meisten jungen Menschen bei der Berufswahl etwas anderes an erster Stelle. Der gute Verdienst. Und ich muss sagen, dass ich gerade in Zeiten von Wirtschaftskrise und schwachem Euro diesen Gedanken für ganz vernünftig halte. Ich habe Ihre Frage eher aus idealistischer Sicht beantwortet. Dora glaube ich auch. Aus pragmatischer Sicht würde ich jedoch einen hohen Verdienst nicht als das Wichtigste ansehen. Sondern? In Zeiten von Wirtschaftskrise, wie Sie sagten, würde ich als erstes von meinem zukünftigen Beruf Sicherheit vor Entlassung erwarten. Man hört in letzter Zeit immer häufiger richtige Horrorgeschichten von Menschen, die mit 50 ihren Job verloren haben und dann absolut keine Arbeit, auch gegen niedrigeren Lohn, finden können. Das wäre in meinen Augen ganz, ganz schrecklich. Ich sehe, die junge Generation denkt wirklich über ihre Zukunft nach. Müssen sich denn auch Ärzte und Ärztinnen Sorgen machen um eine mögliche Entlassung, Dora? Mich persönlich bewegt diese Sorge nicht. In meinem zukünftigen Beruf gibt es gute Beschäftigungsmöglichkeiten im Ausland. Und ich hoffe sehr, dass ich die Gelegenheit dazu haben werde, egal ob in Skandinavien oder in Afrika. Hauptsache, man kann als Arzt der Menschheit dienen. Mit dem, was du da sagst, sprichst du einen weiteren wichtigen Punkt an, nämlich das soziale Ansehen von jedem Beruf. Da bleibt der Arztberuf nach wie vor ein angesehener Beruf. Aber andere Berufe, ich denke da zum Beispiel an den Beruf des Lehrers, haben viel von ihrem früheren Ansehen verloren. Das mag stimmen, aber ich glaube, die Entscheidung für den zukünftigen Beruf muss jeder für sich treffen. Ich zum Beispiel finde ganz wichtig, dass man in seinem Beruf täglich neue, interessante Menschen kennenlernen kann. Dadurch erweitert man seine Horizonte, wird gebildeter, kann seine Persönlichkeit entwickeln. Schön und gut, aber Sicherheit geht vor. In fast allen Berufen fängt man unten an. Da ist es wichtig, dass man gute Aufstiegschancen hat. Wer möchte für immer unten bleiben? Karriere ist wichtig. Ich finde all diese Aspekte von großem Interesse und meine auch, dass vieles damit zusammenhängt, ob man schon früh oder erst später oder überhaupt eine Familie gründet, Kinder bekommt. Die Erwartungen an den zukünftigen Beruf ändern sich sowieso mit der Zeit. Wenn man jung ist, möchte man oft viel reisen oder an der frischen Luft arbeiten können. Wenn man dann aber erwachsen wird, merkt man, dass andere Sachen wichtiger sind und schraubt seine Erwartungen zurück. Wie ist es nun? Gibt es in Bezug auf die Erwartungen an den zukünftigen Beruf deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Dora, was meint eine junge Frau dazu? Ich habe oft mit meinen Eltern darüber gesprochen und meine, da hat sich im Lauf der Zeit vieles geändert. Früher war für die Frauen die Sicherheit des Arbeitsplatzes das Wichtigste, auch wenn der Beruf kein hohes Ansehen hatte und man sehr wenig verdiente. Karriere war etwas für die Männer. Das ist heute nicht mehr so. Zwischen den beiden Geschlechtern gibt es keine Unterschiede. Wirklich schade, dass wir keine Zeit mehr haben. Ich würde mich sehr gern mit meinen Studiogästen weiter unterhalten. Sie stehen beide mit beiden Beinen im Leben, wissen genau, was sie von ihrer Zukunft erwarten können. Liebe Dora, lieber Oskar, vielen Dank fürs Kommen und viel Erfolg im Leben. Danke. Danke sehr. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Wiedersehen in einer Woche bei der Neuausgabe von Panorama. Ende Test 8, Teil 4 ! Zuhörer, Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.